Es gibt ganze Messen für Kiffer, wie die Mary Jane in Berlin. Aber könnt ihr euch eine andere Messe für irgendeine andere illegale Aktivität vorstellen? So eine Messe für Ladendiebe, so die Robin Hood? So eine Fachmesse für alternative Besitzverhältnisse? Ja, da gibt es dann so Mäntel zu kaufen mit extra großen Innentaschen. Und so Workshops, so Ladendetektive erkennen und vermeiden. Und Bewährungsantrag schreiben mit Chat-GPT.